Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da sind wir wieder am vierten Handelstag der Woche. Heute ist Donnerstag, der 25. Oktober und wir schauen hier wieder einmal über ein paar Charts. Wer es schon gesehen hat im Blog-Eintrag, heute geht es um den Fuzzi, den britischen Aktienindex. Dann schauen wir in Silber und wir gucken uns mal wieder. Hatten wir vor langer Zeit schon mal da, den US-Dollar, Hongkong-Dollar an, weil da findet sich gerade im Chat eine sehr, sehr interessante Situation. Und an der Stelle wieder auch die Einladung an alle, die hier live zuschauen, wenn sie eine Frage haben oder mal einen Wunsch-Chart haben, ein Symbol, was sie gerne mal analysiert haben möchten, aus meinen Augen heraus sozusagen nicht scheu sein. Hier direkt im Chat bei Facebook können sie den Post machen und dann schaue ich direkt auch in den Wunsch-Chart hinein. Wir gucken hier bei Tickmill über die Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen, Kryptowährung und Forex-Handelsmöglichkeiten jeden Morgen. Und da gilt es natürlich wie immer auch, den Risikohinweis zu besprechen. Das heißt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Alles, was wir hier machen, sind reine, sage ich mal, Veranschaulichungsideen, keine Handelsempfehlung. Wenn Sie mit CFDs traden, sind Sie bitte sicher, dass Sie genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Denn wenn Sie das traden, dann riskieren Sie, Ihr Kapital zu verlieren. Und das Ganze steht im Risikohinweis, den Sie hier auch mitsehen. Ja, was war gestern für ein Tag? Gestern war so ein bisschen so ein Tag, wo wir sagen konnten, ja, es ging wieder deutlich nach unten. Holger, guten Morgen. Und das deutlich nach unten gehen hat eigentlich alles nach runter gezogen. Aber der Goldpreis ist stabil geblieben, beziehungsweise auch leicht angesteigen. Das zeigt uns so ein bisschen die Tendenz. Deswegen hatte ich vor kurzem auch mal das Gold mit reingebracht in den Markt. Weil das so eine Sache ist, wenn die Aktienmärkte anfangen, turbulenter zu werden, dann steigt häufig auch die Nachfrage nach diesem Rohstoff als vermeintlich sicherer Hafen. Ob es einer ist, wird sich dann zeigen. Aber das lässt sich ja dann auch gut von uns Tradern entsprechend nutzen, wenn wir sehen, wo die Märkte entsprechend auch hinlaufen. Das also einmal zu der kleinen Zusammenfassung von gestern. Sehr interessant fand ich übrigens, das müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, wenn wir uns den Ölpreis anschauen. Gestern gab es Nachrichten zum Öl und die Rohöl-Lagerbestände haben deutlich zugelegt. Aber der Ölpreis hat es gestern sogar geschafft, hier so ein bisschen im Plus zu schließen. Also das ist irre. Wahrscheinlich ist aber vorher schon einfach viel, viel eingepreist worden. Von der Seite her, ja, lassen wir das mal, wie es ist. Aber es war doch sehr interessant zu sehen. Wir sehen ja, was am Vortag passiert ist. Da ging ja richtig stark die Post nach unten ab. Gestern wahrscheinlich Gegenreaktion, weil die Zahlen dann vielleicht doch nicht ganz so schlimm waren, wie die Vortageserwartungen das haben. Ja, den Marktteilnehmern ins Kopf, in den Kopf gepflanzt. Auch Sven, guten Morgen von meiner Seite. So, damit zu den Tagesnachrichten von heute. Heute ist EZB-Tag. Wir haben es gesehen in der Tagesvorschau am Freitag. Heute kommt die EZB hier in Deutschland mal in Europa zu sprechen. Aber vorher gibt es um 10 Uhr den Ivo-Geschäftsklimaindex. Und dann, wie schon gesagt, um 13.45 Uhr gibt es den Zinsentscheid und danach gibt es eine Pressekonferenz. Und das heißt, Pressekonferenz wird viel gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass der Markt entsprechend schon weiß, ja, die EZB hebt den Zins nicht an. Das hat sich ja nun lange genug angekündigt. Aber es ist immer sehr, sehr interessant, der EZB zuzuhören. Das werden die Marktteilnehmer auch machen. Schauen wir mal, was der Euro dann draus macht. Der ist ja die letzten Tage auch wieder ordentlich nach unten gegangen. Vielleicht sind es negative Erwartungen. Da kann es heute eine positive Überraschung geben. Und der Euro steigt wieder ein bisschen. So, wir werden es sehen. Von der Seite her bleibt es heute definitiv spannend. Bitte diesen Zeitraum auch hier im Kopf behalten. Nicht, dass Sie da etwas ungünstig erwischt werden. Der Giovanni hatte das ja auch in seinem Webinar gesagt. Wir hatten ja vor kurzem ein Webinar mit dem Giovanni und haben in ein paar Tagen noch einen 2. November, glaube ich, ist das gewesen. Oder läuft das? Wer sich das anmelden möchte, da können wir auch mal ganz kurz... Jetzt schauen bei den Webinaren, wenn Sie auf die Website von Tickmill schauen. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Wir machen dann gleich mit den Tagesnachrichten weiter. Also hier ist die Website von Tickmill. Wer es ja noch nicht kennt, hier finden Sie alle Informationen zu den Instrumenten, Spreads, alles, was Sie zum Handeln brauchen. Wirklich sehr kompetitiv das Ganze. Und wir haben hier... Oha, jetzt bin ich über... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben... Jetzt muss ich mal schnell schauen. Hier beim Thema Ausbildung haben wir die Webinare drin. Und bei den Webinaren finden Sie dann entsprechend alles, was es an Webinaren gibt. Und hier finden Sie auch die Aufzeichnung mit dem Giovanni. Hier steht jetzt drin, dass derzeit keine Webinare geplant sind. Das ist nicht ganz korrekt. Es gibt definitiv ein zweites mit dem Giovanni. Müssen wir mal schauen, dass die Elena uns hier nochmal ein bisschen versorgt mit den aktuellen Infos dazu. Auf alle Fälle hatten wir den Giovanni. Und er sagte auch, um die Nachrichten bitte immer ein bisschen Vorsicht sein, gerade im kurzfristigen Trading. So, das also zur Pressekonferenz der EZB. Was gibt es noch? Heute um 16 Uhr die schwebende Hausverkäufe für den Monat September aus den USA. Und dann gibt es heute am Nachmittag noch um 14.30 Uhr möglicherweise auch interessante Informationen zu den Auftragseingängen für langlebige Güter. Es gibt die Warenhandelsbilanz der USA. Und dann gibt es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, wo man auch genauer hinschauen kann. Morgen gucken wir ja auch übrigens mal genauer in das Wiesbuck. Das wurde ja gestern Abend veröffentlicht um 20 Uhr unsere Zeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzugucken. Also ich weiß gar nicht, was drinsteht. Aber morgen sprechen wir darüber, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man in Planung für den Weitergang der Aktienmärkte, auch der US-Wirtschaft, definitiv auch mal tiefer anschauen sollte. Um 18.15 Uhr spricht da noch ein FOMC-Mitglied. Auch das kann immer mal wieder für Bewegungen an den Aktienmärkten sorgen. Also das dazu. Ich sehe gerade, wir haben im Chat hier eine Frage zu einem Chart. Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar. Gucke ich mal. Schau mal rein. Gucke ich mir gleich im Anschluss gleich mal an. So, dann gehen wir hier in die Charts hinein. WTI brauchen wir jetzt nicht. Da können wir morgen mal in Ruhe drüber reden, wenn das gewünscht ist. Wir fangen mal mit einem Index heute an. Und zwar hatte ich ja gesagt, der Fuzzi ist hier der, jetzt muss ich selber erstmal ganz schnell suchen, hier UK100. Das ist er. Das Kürzel UK100 ist das Kürzel hier im Index. Und hier, was hier passiert ist, ist sehr, sehr, sehr interessant gewesen. Beziehungsweise ist es immer noch interessant. Wir haben hier schön einen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend hat hier entsprechend eine deutliche Bewegung nach unten gemacht. Und da ist es auch mal wieder interessant. Wir hatten das Thema ja schon ab und an besprochen. Man kann ja, es gibt ja auch, sag ich mal so, Techniken, wo man einfach sagen kann, man nimmt das, was als Korrekturlevel gekommen ist und setzt das einfach mal unten dran. Und da kann man so, sag ich mal, Bereiche planen, die sozusagen für Gewinnmitnahmen genutzt werden können. Oder wenn man einfach mal planen will, wie weit kann denn so ein Markt nach unten laufen. Und wenn wir das mal schauen hier, wenn wir das mal das Tief sehen, das kommt auch ungefähr hin. Also wieder mal fast eine Punktlandung mit solchen Sachen. Also da sieht man mal, wie leicht das eigentlich sein kann, wenn man weiß, wie das Ganze entsprechend auch mit funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, das war der Lauf nach unten. Das ist alles Geschichte. Interessant fand ich folgendes, auch das Thema Korrekturmuster. Hier, schauen Sie sich mal diese flache Seitwärtskorrektur an. Das heißt flach, knapp 100 Punkte, so flach ist das Ding nur auch nicht. Aber es ist eine Seitwärtsbewegung. Das haben wir bei Aufwärtstrend auch, da haben wir einen Schub nach oben und dann haben wir so eine Flagge oder so einen Seitwärtskanal, der oben langläuft. So was haben wir hier unten gesehen. Das ist ein Korrekturmuster, hier in diesem Fall ein bullisches Korrekturmuster. Das kann auch mal nach oben gebrochen werden. Wenn sowas dann nach oben bricht, dann heißt das halt einfach nur die Korrektur, die läuft ein bisschen weiter. Da wäre dann hier in dem Moment, wenn das hier passiert wäre, natürlich hier dieser Ausbruchsbereich um die 7.220 Punkte interessant gewesen für den Blick nach oben. Der Fokus, den ich persönlich, also Mike Seigl hier drauf setzt, ist eher der Ausbruch über die Unterseite. Und der kam dann gestern dann definitiv. Wir sind hier unten drunter gelaufen. Wir hatten hier das Tief, dieses Bewegungstief. Das hatten wir liegen bei 6.925 Punkten. Der Markt ist erst einmal aus dieser Range ausgebrochen nach unten hin. Und hat auch noch dieses Tief rausgenommen und hält sich jetzt auch noch unter diesem Tief. Und das zeigt uns, dass der Markt dann durchaus doch jetzt bei einer Fortsetzung dieses Musters, was wir hier haben, den Weg nach unten einschlagen kann. Erster Anlaufpunkt hier ist mal das Tief, was wir hier drüben gehabt haben im März 2018 bei ungefähr 6.850 Punkte. Wenn wir noch ein bisschen mehr sehen wollen, können wir das machen, indem wir mal in die etwas weitere Historie hineinschauen. Und da sehen wir entsprechend hier unten den nächsten Anlaufpunkt hier in diesem Bereich. Da gibt es Werte, wo der Markt durchaus dann mittelfristig ranlaufen kann. Das wären dann diese zwei Bereiche hier unten. Ich mache das gleich mal noch für Sie, damit Sie das Ganze später auch immer mal wieder nachschauen können. Wenn Sie das Video sehen, dass Sie es auch sehen, hier der hat über den Daumen knapp 6.700 Punkte. Und hier unten dann nochmal das Zweite hier ran bei ungefähr 6.000, was haben wir, naja, ich würde mal sagen um die 6.600 Punkte. Also hier 6.700, 6.600 Punkte in diesem Bereich. Das ist mal so die Anlaufpunkte, die dann unten drunter reinkommen können in die Planung. Wenn der Markt tatsächlich jetzt hier weiter nach unten läuft, diese 8.650 nach unten wegnimmt, dann wären das die Anlaufmarken zur Unterseite. Also Sie sehen, wenn die Märkte weiter den Weg nach unten beschreiten, haben wir hier gute potenzielle Trade-Kandidaten, die den Weg nach unten auch zulassen. Ja und bitte, ich kann das ja keinem befehlen an dieser Stelle, aber wir haben so viele schöne Handelsinstrumente, die wirklich schöne Bewegungen auch machen. Man muss nicht immer nur den DAX traden. Den DAX kann man auch traden, aber wenn man ein bisschen eine Mischung auch im Portfolio machen kann. So, hier haben wir es. Es geht doch wunderbar und dafür können wir die vielen Instrumente nutzen, die uns TIGML hier entsprechend auch mit anbietet. Also das mal hier zur aktuellen Situation für diejenigen, die das Ganze kurzfristig interessiert. Wir haben jetzt hier logischerweise in der Stunde den laufenden Abwärtstrend. Hier ist er Abwärtstrend, abwärtsgerichtet. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen Korrektur und dann werden wir halt sehen, ob es etwas tiefere Korrektur dieser letzten Bewegungen gibt oder ob der Markt einfach nur schwach weiter nach unten läuft. Das zeigt uns jetzt die Stunde und da können wir dann entsprechend natürlich auch immer wieder unsere Systematik traden. Also auch in den kleineren Zeiteinheiten. Wenn man das mal als Korrektur jetzt sieht und der Korrektur läuft höher oder wie auch immer. Ich habe ja schon oft gezeigt, wie ich damit persönlich umgehe, um Handelssignale zu finden aus den Korrekturen heraus. Und das gleiche Bild können wir ja auch effektiv in den kleineren Zeiteinheiten traden. Also so viel hier zum britischen Index. Nächster Wert, ich gehe mal, bevor ich auf Silber gehe, gehe ich nochmal auf das Währungspaar US-Dollar, Hongkong-Dollar. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wir hatten das besprochen, als der Markt hier oben, warten Sie, das muss ich mal ganz kurz etwas kleiner machen, als der Markt in der Historie immer mal oben ran gelaufen ist. Das war interessant, sehr, sehr interessant zu sehen, was wir da hier hatten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, hier drüben war das gewesen. Wir sind immer hoch gelaufen, dann war hier oben der Widerstand, Krach ging es nach unten, wieder hoch gelaufen, Krach ging es nach unten, wieder hoch gelaufen. Also ich glaube, Sie sehen, was ich meine. Hier oben ist richtig der Deckel drauf gewesen. Der Markt wollte nie oben drüber, das konnte man sehr schön als Abpraller nutzen, um das Ganze nach unten zu sehen. Dann gab es diesen riesengroßen Knall nach unten. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was das in den Nachrichten ausgelöst hat, warum der Wert dann so plötzlich nach unten gegangen ist. Ich sehe jetzt hier an dieser Stelle einfach nur die Chart-Technik. Aber sehr, sehr interessant ist das, was wir jetzt hier sehen an dieser Stelle. Wir sind von da unten wieder extrem hoch gelaufen. Jetzt haben wir hier Korrektur gehabt und diese Korrektur ist, und das ist wirklich sehr, sehr interessant, hier oben um die knapp 7.850, hier, äh, entschuldigen Sie, 7.800, das ist ja so. Wenn man da hinlaufen würde und man wäre long investiert, das wäre, glaube ich, der gigantischste Performance im Depot aller Zeiten. Nein, es sind 7.834 oder 8.38 in diesem Bereich. Also ich zeige es Ihnen mit der Maus hier oben. Da oben ist so wie so ein bisschen der Deckel drauf. Der Markt, der geht so, ja, Spike-mäßig immer mal so ein bisschen nach oben. Deshalb haben wir hier oben auch diese, diese ansteigende Oberseite. Aber wir haben hier unten, und das ist das Interessante an dieser Stelle, wir haben hier wieder diesen Hochlauf, diesen schönen Hochlauf mit den ansteigenden Tiefs entsprechend. Das zeigt uns, dass die Marktheilnehmer hier immer früher zugreifen und an der Stelle, hier, wo wir jetzt ranlaufen, können wieder zwei Sachen passieren. Wir können entweder wieder so ein ewiges Getingel erleben, wie wir das hier oben hatten. Das heißt, Anstoß, Abprall, Anstoß, Abprall. Das heißt, wir können hier einen Abpraller sehen. Wenn ein Abpraller kommt, dann können wir mal schauen, was an Tagestiefs drinnen liegt. Und da haben wir nämlich hier die Tagestiefs um die Marke. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wieso da rüber rutscht. Das sollte der eigentlich hier nicht tun. So, jetzt haben wir es wieder. Also, wir haben hier die Tagestiefs von ungefähr 7,83,7. Hier, das ist das hier. Und dann haben wir es hier, das nächste Tief wäre dann sozusagen die 7,83,2,4,9. Ganz klar ist, wenn wir bis hier hinlaufen, naja, da kratzeln wir so ein bisschen an dieser Unterkante hier, an diesem Aufwärtsschub, den wir hier haben, an dieser unteren Aufwärtstrandlinie. Laufen wir hier runter, sehen wir natürlich deutlich draus. Das heißt, das wäre dann ein deutliches Szenario hier, kurstechnisch nach unten. Da würden wir dann ein etwas anderes Chartbild bekommen. Das heißt, wir haben denn nach unten hin einiges am Potenzial, wenn der Markt nach unten abprallt. Das ist das eine. Das zweite ist aber, wenn er drüber läuft, dann steht die Chance ganz gut, dass wir mal wieder hier oben in die 8,84,9 reinlaufen. Das ist dann diese dicke rote Linie hier oben. Also, wer das mag, es ist auf alle Fälle ein Versuch wert, die Markttechnik. Also, das heißt, die Lesweise der Trends zeigt uns ja hier, wir laufen sehr, sehr, sehr schön nach unten. Der Bruch hier über diese Seite nach unten würde in dieses Gesamtbild hier passen. Das heißt, dass wir den Schub nach unten bekommen, dass sich der Markt wieder hier nach unten bewegt. Das wäre sozusagen nicht auszuschließen, dass das hier reinpasst. Das heißt, hier dieser leichte Kai würde dann nach unten verlassen. Knallt der Markt aber oben drüber, dann haben wir hier oben diesen Widerstand im Chart auch liegen. Also, das mal entsprechend zum Währungspaar US-Dollar, Hongkong-Dollar. Und dann gehen wir noch in die Richtung der Edelmetalle. Wir hatten ja vor kurzem hier das Gold auch besprochen. Jetzt muss ich mal gucken, warum das Setup nicht mehr drin ist. Das hatten wir hier einen anderen Chart. Gehen wir mal kurz hier rein. Nehmen wir mal das Gold. Ja, hier haben wir es gehabt. Also, hier war ja diese Seitwärtsrange im Gold gewesen, wo der Markt auch sehr, sehr schön hochläuft. Da muss man mal gucken, ob er sich jetzt wirklich drüber stabilisieren kann. Er ist ja schon mal nach oben gelaufen. Also, interessant ist das, was hier im Gold passiert auf alle Fälle. Das kann man nicht anders sagen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Silber anschauen. So, da gehe ich mal hier rüber. Hier haben wir das Silber. Im Silber gibt es auch eine interessante Situation. Die kann man jetzt nicht genau mit dem Chart vom Goldpreis vergleichen. Goldpreis hat ja eine hohe Flagge als Korrekturmuster gebracht. Hat auch schon einen entsprechenden Aufwärtstrend gemacht. Was wir hier jetzt im Silberpreis haben, ist sozusagen erstmal hier ein Aufwärtsschub. Wer das Ganze so lesen möchte, kann auch sagen, naja, wir haben ja hier schon sowas wie einen Trend. Wir hatten hier eine Bewegung. Wir hatten entsprechend eine Korrektur hier nach unten hin. So, hier ist ein bisschen Korrektur. Dann haben wir hier wieder ein Stück Bewegung nach oben gehabt. Der ärgert mich heute hier der PC. Saison, ein bisschen Bewegung gehabt. Dann haben wir jetzt hier schön die Korrektur. Und dann haben wir jetzt wieder schön Bewegung gehabt. Das ist auch das, was man wirklich sehr, sehr schön im Stundenchart auch sieht. Diese Flüsse hier, diese Zusammenfließen. Ja, wenn man das Ganze im großen Bild sieht, ist das einfach nur eine Bewegung und eine Korrektur gewesen. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich jetzt hier im Chart abbilde, das ist interessant. Interessant aus der Sicht. Es ist so eine Art Kontraktionsmuster, was wir hier sehen. Kontraktionsmuster, der ein oder andere Markt, das schon mal gesehen haben, wenn ich Aktien-Trades auch vorstelle. Das ist eine Situation, wenn der Markt anfängt nach oben zu laufen, in dem Moment als Long-Geschichte. Und die Korrekturen immer flacher werden. Und das ist so ein Anzeichen, dass die Händler immer früher reingehen. Das heißt, die unruhigen Händler gehen so ein bisschen raus. Die Bewegungen werden immer flacher. Und da bildet sich dann hier so eine Art Kontraktionsmuster. Jetzt haben wir das Erste, das Zweite. Es könnte vielleicht sogar noch ein Drittes kommen hier an dieser Stelle. Wichtig hier ist, wenn der Markt nach oben rausläuft, das Ding rausnimmt. Hier, da ist die Marke von 14, 84, 85. Sehr, sehr wichtig. Wenn wir da oben drüber schlupfen, dann haben wir ganz gut die Chance hier auf die 14, 2, 90. Erst einmal hier oben drauf zu laufen. Und dann die 15 anzulaufen. Wir haben ja jetzt diese Range zwischen 14 und 15. Und die können wir, wenn ein Bruch nach oben kommt, durchaus anlaufen. Und bei weiterer Dynamik dann nach oben, hat dieser Markt dann tatsächlich auch die Chance, diesen Abwärtstrend hier zu brechen und dann weiter nach oben zu laufen. Und dann wissen Sie ja, was entsprechend kommt. Wir haben dann hier im Markt Anlaufmarken hier in diesem Bereich zum Planen, wer nach uns kauft. In diesem Bereich. Also wir sehen auf der Oberseite schon die einen oder anderen Level. Ähnlich wie wir das im Gold gehabt haben, dass der Markt kommen kann. Also wir sind hier früh dran. Was das Thema angeht, wupp nach oben. Aber hier untergeordnet haben wir den Trend schon nach oben. Es ist noch ein untergeordneter Trend. Das heißt, übergeordnet ist das Silber noch im Abwärtsbereich drinnen. Aber es ist ein erstes Indiz dafür, dass die Preise hier Stück für Stück ansteigen. Vielleicht zieht das Silber mit dem Gold ja mit. Wenn es das tut, dann haben wir hier auf alle Fälle die Marken nach oben auch im Chart liegen. Auf der Unterseite. Wenn es dann doch wieder nach unten gehen sollte, dann liegen erstmal kurzfristig ein paar Tagestiefs unter uns. Die sind hier bei 14,50 und 14, knapp 45. Hier unten können wir dann auch weitergehen. Wenn die untere Range, dann wäre natürlich hier die 14 Euro. Müssen wir mal schauen, was wir hier sehen. Aktuell tendiert der Markt ja ein bisschen nach oben. Das mal mit Blick in den US-Dollar. Entschuldigung, in das Silber in US-Dollar. Also XAG, USD entsprechend hier das Kürzel. So, damit gut für die heutigen Handelsideen. Und jetzt schaue ich einfach mal auf die Frage. Wir haben ja, der Holger hat gefragt, wie schätzt du nach dem Einbruch gestern Neuseeland-Dollar-Kandollar ein? Und dann nehmen wir einfach mal Neuseeland-Dollar-Kandollar hier rein. Den Chart habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf. Neuseeland-Dollar-Kandollar haben wir hier. So, zack. Dann haben wir das schön. So, alles mal ein bisschen aufräumen. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass die Instrumentendaten stimmen. So, jetzt muss ich mal. Ja, ich räume den. Ne, ich mache das anders. Ich nehme mal einen sauberen Chart. Gehen wir mal kurz hier rein. Und dann nehmen wir das Kürzel mal da rein. Vielleicht ist der sauberer. Ne, nicht wirklich. Okay, so what? That's it. Ja, das ist Meta-Trader. Da passiert sowas halt. Damit kann man aber leben. Das ist jetzt nichts, was Beinbruch ist. Was wir hier jetzt sehen. Neuseeland-Dollar-Kandollar. Ich gucke jetzt einfach mal klassisch aus technischer Sicht rein. Also aus rein markttechnischer Sicht. Dow-Theorie sehe ich folgende Sachen. Es ging ja auch ein bisschen um gestern. Was sehe ich? Ich sehe hier entsprechend einen normal laufenden Abwärtstrend. Ich zeichne mal hier die letzten Sachen so ein. Jetzt nicht den ganzen Abwärtstrend, sondern einfach Stück für Stück hier mal ein bisschen was nach oben und nach unten. Und was ich jetzt hier entsprechend sehe, ist folgende Situation. Ich sehe einfach einen laufenden Abwärtstrend, der hier entsprechend tief korrigiert hat. Und er hat hier oben das erste Signal gebracht, um nach unten zu laufen. Also hier entsprechend an dieser Stelle hier oben hat man das Verkaufssignal. Das ist auch die Marke hier an dieser Stelle, wo der Stundentrend rumgedreht ist. Das können wir hier mal sehen. Hier gab es den Schub nach oben und dann hat der Stundentrend angefangen, hier abwärts zu tendieren. Also das ist für mich im Rahmen alles ganz normal, was wir hier sehen. Was jetzt an der Stelle interessant wird, ist, wir haben ja gestern den Schub nach unten gesehen. Und dann klästern aber auch Intraday wieder ein bisschen eine Kurserholung. Das hat aber dem Abwärtstrend in der Stunde überhaupt nichts angetan. Was jetzt interessant für mich ist, mit Blick in diesen Chart hinein, deswegen zoome ich das mal etwas größer. Wir haben hier untergeordnet, das möchte ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Wir haben hier untergeordnet einen Trend laufen, der aufwärts gerichtet ist, was der Korrekturtrend ist. Deswegen mache ich das jetzt mal Magentafarben, weil es die Stunde ist. Und dieser Trend entsprechend nach unten. Alexander, einen schönen guten Morgen, danke für die Grüße. Ich freue mich immer über Kommunikation hier mit dem Chat-Teilnehmern, weil Sie wissen oder können sich vielleicht vorstellen, wenn man den ganzen Tag allein im Büro sitzt, ist es auch schön, wenn man immer mal ein bisschen spricht. Zurück zum Chart. Hier an dieser Stelle, da war halt so eine Korrektur, die dann so ein Stück weit nach oben läuft. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt, weil dieser Schub hier nach oben, der lief ja relativ deutlich ab. Und hier diese Marke, die wir jetzt hier unten haben, dieser Bereich hier, das Tief, was wir hier unten haben, das könnte ein Support sein. Das heißt, trendtechnisch haben wir hier jetzt einfach nur eine Bewegung nach unten in Richtung des übergeordneten Trends. Das ist für mich alles sauber und in Ordnung. Der Markt kann ohne Probleme auch einfach weiter nach unten laufen. Es ist halt nur, wir haben ja immer mal ein paar Widerstände in den Charts. Und das wissen wir ja, selbst als Trader, die wir die Charts immer sehen, Widerstände in den Charts, beziehungsweise Unterstützungen, da unten nach einer Unterstützung und kein Widerstand, sind nochmal dazu gut, dass man auch mal bremsen kann. Und hier sehen wir das Ganze. Also wir sehen jetzt hier mit Blick in die Stunde sehr schön diesen entsprechenden Aufwärtstrend. Hier oben das Ganze nochmal reingenommen. Hier hat man noch einen leichten Schub drüber. Ich mache das jetzt in der Stunde einfach mal fertig, damit wir mal den gesamten Trendverlauf sehen. Und dann haben wir hier diesen Schub nach oben gehabt. Rein technisch gesehen hatten wir hier nochmal ein höheres Hoch. Also hier war das Korrektur tief. Und hier an der Stelle da oben hatten wir das höhere Hoch. Dann wurde komplett abverkauft. Dann ging es hier runter, Korrektur und dann hat sich entsprechend hier der Abwärtstrend gebildet. Also hier stark nach unten. Ja, das ist hier Bewegungstrend für mich. Das ist jetzt klein, das zeichne ich jetzt nicht extra ein. Dann haben wir hier die Korrektur gehabt und dann lief der Markt hier schön nach unten. Das heißt, wir haben jetzt einfach nur einen Abwärtstrend, der in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends läuft. Gerade aus seiner Korrektur rauskommt und wieder in Trendrichtung läuft. Und dann haben wir hier unten einen Supportbereich, der eventuell für eine Kursumkehr sinken kann. Das ist dieser Punkt hier, den sehen wir auch im Tagesschart. Und da könnte es eventuell sein, dass der Markt hier mal ein Stückchen höher läuft, der Stundentrend auch kurzfristig bricht. Im großen Bild allerdings sehe ich wirklich den Abwärtstrend weiterhin intakt. Und wenn wir uns das ganze Bild an der Stelle mal anschauen, nächste Marken, die nach unten angelaufen werden können, sind natürlich hier, wenn wir davon ausgehen, dass sich dieser blau eingezeichnete Abwärtstrend weiter fortsetzt, wäre dann auf alle Fälle hier unten dieser Bereich um das Tief von bei der Marke von, jetzt müssen wir mal kurz gucken, hier unten in diesem Bereich, also um das Korrekturtief oder Trendtief, was wir hier haben, bei ungefähr 0,83222. Das ist jetzt mal mein Blick in die Dinge. Das heißt hier, schöner Schub nach unten, könnte mal ein bisschen Korrektur geben, wenn der Markt allerdings schwach bleibt, könnte es einfach sein, dass wir sowas wie hier sehen, einfach nur eine Abfolge von vielen, vielen Kerzen nach unten. Der Markt muss ja nichts, er kann, wenn er will, er macht sowieso, was er will, aber mein Blick ist, hier ist im Trend alles in Ordnung. Der Rücksetzer gestern, ja, der war halt, was er war, war ein guter Tag in Trendrichtung, also alles im grünen Bereich für mich, also hier im roten Bereich, weil es ein Abwärtstrend ist. Ansonsten kurzfristig, wer weiß, ob es hoch geht, ich persönlich trade ja nicht gegen Trends, das heißt für mich ist das einfach nur ein Verlauf und was wir hier sehen können, ist einfach in der Stunde aktuell so ein bisschen Rücklauf und wenn das Ganze nach unten bricht, setzt sich der Stundentrend entsprechend auch nach unten fort, das ist das, was ich hier sehe. Holger, das ist meine Einschätzung zum Neuseeland-Dollar, Cann-Dollar. Ich hoffe, es war interessant, das Ganze hier an dieser Stelle auch zu sehen. Ich freue mich immer, die ein oder andere Frage zu beantworten. An dieser Stelle noch einmal danke für die, ja, Mitarbeit hier, für die Kommunikation, allen einen schönen, erfolgreichen Handelstag und wir hören und sehen uns dann morgen, wie schon gesagt, morgen ist wieder Freitag, da schauen wir uns die Wochenvorschau bei den Nachrichten an, wir schauen groß die vielen Indizes an, wo es diese Woche wieder einiges an Bewegungen gegeben hat. Ich habe auch gute Kommunikation mit einigen Händlern gehabt, die ich so betreue, die total nervös gewesen sind. Da schauen wir gestern Morgen einfach einmal drauf und dann machen wir natürlich auch noch hier, wie ich das gesagt habe, das Biespuck, das schauen wir uns mal im Detail an. Das machen wir alles dann morgen im Webinar ab 8.30 Uhr. Herzliche Einladung von meiner Seite. Ich freue mich über viele Zuschauerinnen und Zuschauer und sage Tschüss, bis morgen.